Klassische Wäscheständer stehen meistens überladen, tagelang im Zimmer herum, nehmen Platz weg und sind kein schöner Anblick. Vergessen Sie das übliche und umständliche Aufhängen und Verteilen von Bettwäsche über Ihrem gesamten Wohnbereich. Denn das Trocknen der Bettwäsche in der Wohnung erlebt jetzt einen Wandel. Bettwäsche trocknen im Handumdrehen mit dem Trockenfix, dem spiralförmigen Wäscheständer zum Aufhängen. Die feuchte Bettwäsche wird einfach und schnell auf die Spiralstange aufgezogen. Durch die geniale Konstruktion wird verhindert, dass die einzelnen Stoffbahnen aneinander haften. Die Luft kann zirkulieren und dadurch reduziert sich die Trockenzeit um bis zu 66%. Zusätzlich glättet sich die Bettwäsche durch das einfache Aufhängen an der cleveren Spirale. Der Trockenfix spart nicht nur Platz, sondern man kann ihn auch überall platzieren, egal wo. Ob an der Türzarge, der Duschwand, auf dem Balkon und so weiter. Trockenfix. Bettwäsche. Einfach und schneller trocknen.